Du kannst dein Schicksal nicht abwarten. Es ist stets da und zu erfüllen. Es gibt so Menschen, von denen hat man den Eindruck, dass sie ihr Schicksal abwarten, ihr Schicksal umgehen. Ihr Schicksal eigentlich nicht haben wollen, weil das so ein angstmachender Begriff ist. Schicksal, was ist mein Schicksal? Schicksal ist eben, dass ich Opfer bin oder Täter bin. Ein Schicksal ist, dass ich als Frau gepeinigt werde oder als Mann immer nur einseitige Karriere mache und so weiter und so weiter. Alles Mögliche kann ein Schicksal sein. Und man kann sein Schicksal tatsächlich nicht abwarten. Niemand kann sein Schicksal abwarten, sondern das Schicksal ist in dem Sinne zu erfüllen. Und Schicksal bedeutet ja, dass etwas vorgegeben ist, dass deine Persönlichkeit, dein Lebensweg vorgegeben ist in der Schicksalhaftigkeit dessen, was dich erwartet. Und das Schicksal ist in jeglicher Hinsicht zu erfüllen. Also das, was du bist, egal was du bist, egal in welcher Kaste du bist, wenn wir jetzt mal diesen Begriff Kaste hineinnehmen oder was auch immer du tust in deinem Leben, wie viel Geld oder wie wenig Geld du hast oder wie viel Beziehungspartner oder sonst oder Kinder oder irgendetwas. Es ist immer da und zu erfüllen. Das heißt, aus deinem Schicksal etwas zu machen. Das Schicksal zu nehmen, anzunehmen, damit zu würdigen und etwas daraus zu machen im Sinne eines Ausgleichs, im Sinne einer Bewegung, im Sinne einer Teilnahme, im Sinne deines Engagements an deinem Schicksal. Das heißt, wenn ich abwarte, erfüllt sich mein Schicksal genauso, wie wenn ich etwas tue. Natürlich entscheiden wir uns immer wieder, tue ich etwas, tue ich nichts, ziehe ich mich zurück, mische ich mich ein. Tue ich so, als ob ich warte, um mir das Schicksal zu ersparen, so wie wenn ich mich irgendwo zurückziehe in eine Höhle, in ein Kloster, irgendwo. Wenn ich nicht von niemandem gesehen werden möchte, weil es könnte ja sein, dass dann mein Schicksal eingreift und das nicht so gut ist, weil ich habe Angst vor meinem Schicksal. Und bei vielen Menschen hat man schnell den Eindruck oder schneller den Eindruck, dass sie Angst haben, ihr Leben zu leben. Diese Herausforderung des persönlichen Lebens zu leben. Das heißt, Schicksal hat immer das parat, was ich selber, was du selbst im Zusammenhang mit allem mache und darstelle. Also in jedem Augenblick kann ich mich neu entscheiden, kann ich mich neu orientieren und damit eben mein Schicksal immer wieder gestalten. Wenn ich böse Dinge wiederholt tue, böse Dinge, unflätige, unethische, problematische Dinge, die einer generellen Tugendhaftigkeit nicht entsprechen, dann wird es einfach mein Schicksal werden. Schicksal ist ja das, was auf dich eindringt oder vermeintlich auf dich eindringt, von dem du aber nicht unbedingt nachvollziehen kannst, dass du selber die Ursache dafür warst, durch deine vor allem Handlungen, durch deine Intentionen, durch deine Absichten. Du warst diejenige, derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass das jetzt, was dir widerfährt, vormals, also früher, in Ursachen deines Lebens, in tätigen Ursachen deines Lebens, der Anlass war für das, was jetzt gerade passiert oder was jetzt geschieht. Das ist ja durchaus eine Definition von Schicksalhaftigkeit. Wir können Schicksalhaftigkeit dann auch noch ausweiten und können sagen, das ist innerhalb einer Kultur, innerhalb einer Spracheinheit, einer Nation, globales Schicksal und so weiter. Da gibt es verschiedene Ebenen, aber immer, um das nochmal zu sagen, Schicksal hat immer das parat, was ich selber im Zusammenhang mit allem mache und darstelle. Das heißt, in jedem Augenblick präge ich mein Schicksal, in jedem Augenblick gestalte ich mein Schicksal. Und damit eben natürlich auch das Schicksal anderer Menschen oder andere Dinge, die mit mir zu tun haben, die mir ausgesetzt sind und denen ich ausgesetzt bin. Und insofern ist es ja nicht etwas Starres oder nicht etwas, was einen überkommt, wo man sagt, mein Gott, ist das blöde, dass ich in Deutschland geboren worden ist. Da ist mein Schicksal schon besiegelt, nicht weil die Deutschen bla 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 sind oder Gott weiß was irgendwo in der Art. Schicksal abwarten bedeutet nicht, dass ich es mir ersparen kann, sondern ich programmiere damit mein Schicksal. Jeder, jede Tat, jeder Gedanke, jeder Eingriff, jedes Tun, Nichttun, Handeln, Nichthandeln, Denken, Nichtdenken, es spielt keine Rolle, ist schicksalsprägend. Und irgendwann mal wird das vielleicht auch summiert, an irgendeinem Punkt im Leben wird das summiert, meinetwegen so an entscheidenden Wendepunkten im Leben. Oder wenn du aus dem Leben gehst und wenn du stirbst, dann ist dieser Begriff Schicksal wieder sehr präsent. Was war? Was habe ich aus meinem Leben gemacht? Was habe ich gestaltet? Was hätte ich mehr tun können? Und plötzlich sehe ich, oh, da habe ich aber zu wenig getan bei den Dingen, bei bestimmten Dingen und da habe ich zu viel getan. Da war ich zu einseitig in all das. Und das ist ja der Sinn des Lebens und diese Erkenntnis auch, vielleicht diese fulminante, letztendliche, bewusste Erkenntnis, was ich hätte tun können und was eben nicht, was im Sinne eines Ausgleichs hätte sein können. Und dann bedeutet das eben, ja, das ist die Schicksalhaftigkeit, die du jetzt gerade in diesem Moment erlebst. Schicksal heißt also nicht vorbestimmt in dem Sinne, dass es vorbestimmt ist a priori und du gar nichts daran ändern kannst, sondern du bist ja stets involviert und du bist stets lebend, beseelt in diesem Leben und gestaltest es selbst. Das heißt, Schicksal als Karma, wenn wir diesen Begriff noch hineinbringen, ist eine Erzeugung von weiterem Karma. Karma erzeugst du in jedem Augenblick. Karma ist das tatsächlich in dieser Definition, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was ich tätig tue und was Folgen hat. Folgen für mich selbst wie auch Folgen für die Welt. Folgen im Handeln, Liebesfolgen, Todesfolgen, Folgen des Reichtums, Folgen der Armut, egal wo wir hineinsehen. All das ist Karma. Weil etwas ist in einer bestimmten Bedingung, in einer bestimmten Position, in einer bestimmten Haltung und genau daraus gibt es dann Ergebnisse. Das hat Folgen entsprechend. Wenn etwas einseitig wird, hat es Folgen. Und dann braucht es letztendlich einen Ausgleich oder eine Umkehr oder eine neue Orientierung. Insofern die Frage, die wir stellen können immer wieder, was ist vorbestimmt und sind die Dinge zwangsmäßig vorbestimmt oder aus welchen Gründen sind sie vorbestimmt. Sie sind deswegen vorbestimmt, weil alles irgendwo beteiligt ist oder dasjenige, derjenige, die beteiligt sind, tatsächlich etwas drehen an der Welt, an ihrer Welt und damit an der anderen Welt, in der sie leben und dadurch eben Folgen entstehen. Und das ist schicksalhaft oder das ist karma-mäßig oder eben das ist das, was dann entsprechende Wirkungen zeigt. Und die Wirkungen wirken sich unterschiedlich aus, letztendlich. Und wenn du da nicht rechtschaffen bist, wenn du einseitig bist, wenn du egoistisch bist, wenn du nur gierig bist, wenn du nur ein Mörder bist, ein Verbrecher bist, ein Kriegsverbrecher bist, egal was, in diesen Einseitigkeiten, auch meinetwegen nur arrogant, lieb-arrogant, gar nicht böse-arrogant, dann hat es Wirkungen auf dich und auf dein Schicksal. Das heißt also, auf das, was du letztendlich dann weiter wirst und weiter bist und weiter entstehst, so was. Also weiter entstehst, wenn wir jetzt weitergehen und sagen, gibt es so was wie Wiedergeburt oder, ja, dann braucht es irgendwo auch einen Ausgleich, egal wie das stattfindet oder so. Wenn wir jetzt das nur mal so andenken, das hat Folgen. Also alles ist in einer Position, stets in einer Position, die darauf angelegt ist, einen Ausgleich zu finden. Und wenn der Ausgleich nicht gefunden wird, von dir selbst tätig, dann ist es eben das Schicksal, das eingreift. Insofern können wir hier die Frage stellen, sind wir als Menschen wirklich frei oder sind wir unfrei? Was passiert mit uns? Und eingreifen ist ja eben dann auch schon das Schicksalhafte. Das heißt, es geht immer wieder um Erkennen. Und im Erkennen geht es um das Handeln. Wie handele ich? Was braucht es jetzt irgendwie als Ausgleich? Also zum Beispiel, ich nehme mal so ein Beispiel, ein ganz profanes Beispiel aus meinem Leben. Die letzten Monate, die wir erlebt haben, alle miteinander, bei den Menschen, die einigermaßen an der Welt teilnehmen, um es mal so zu sagen, haben wir diesen Ukraine-Krieg erlebt oder wir erleben diesen Ukraine-Krieg jeden Tag, tagtäglich. Und irgendwann nimmst du mal Stellung dazu, hoffentlich auch, und denkst, ist das richtig, ist das falsch, wer macht was richtig, wer macht was falsch? Ich will jetzt gar nicht irgendwie einseitige Stellung hier nehmen für etwas. Aber du merkst irgendwo, du engagierst dich für etwas, weil du das für richtig hältst, für wichtig hältst. So, und dann bist du mit deinem Engagement da und nach einiger Zeit merkst du, oh, das könnte aber tatsächlich einseitig werden, diese Haltung. Ein Krieg könnte sich verselbstständigen und nur noch kriegerische Handlungen haben, egal von welcher Seite die begonnen werden, ob von Verteidiger- oder Angriffsseite. Irgendwann mal verwischt sich ein Krieg in der Art und Weise, wo alle möglichen Taten entstehen, sowohl bei Angreifern als auch bei Verteidigern. Und vielleicht hattest du vormals die Einstellung, ja, die Verteidiger können alles tun in der Hinsicht, aber Krieg ist immer Krieg, mit den Phänomenen eines Krieges. Und das ist einfach nur upside down und widerlich und schrecklich. Und dann wendest du dich irgendwann ab und denkst, oh, das kann nicht sein, dass mich das tagtäglich umgibt und dass ich mich da tagtäglich engagiere und da drin bin und verwickelt bin. Und dann erkennst du etwas und das führt eben dann wieder zu einer anderen Einstellung, zu einer Dynamik der Einstellung, zu einer Veränderung. Und insofern können wir, was unser Schicksal anbelangt, tatsächlich selbst in einem sogenannten letzten Moment, in einem letzten Augenblick unseres Lebens unser Schicksal bereuen oder sagen, mein Gott, ich kann bereuen, ich habe da was falsch gemacht, es war einseitig. Und diese Reue, diese Einsicht, diese Gewissenhaftigkeit, diese Tätige ist etwas sehr Wichtiges für das Schicksal generell. Also Schicksal, das dann etwas sehr Großes darstellt. Und wenn wir schon dabei sind, können wir noch andere Begriffe hier hineinnehmen. Kismet, Karma, Kaste und so weiter bedeutet eben entsprechend, es ist nichts festgelegt in dem Sinne, sondern es ist ein Annehmen und Verändern, eine Konsequenz aus dem Leben, aus dem tätigen Leben, wie auch immer das tätige Leben dann aussieht. Also eine Stellungnahme zu der Existenz, zu deiner Existenz, ein Annehmen und Verändern, gleichzeitig beides. Es ist sehr wichtig, gerade in diesem Begriff Schicksalhaftigkeit. Also es lohnt sich durchaus ab und zu mal daran zu denken, du kannst dein Schicksal nicht abwarten. Und in dem Sinne nicht einseitig beeinflussen, es ist stets da und zu erfüllen. Dein Schicksal wirkt immer wieder und es können natürlich große Wirkungen haben, wenn du sehr einseitig bist. Und um das nochmal zu sagen, viele Menschen rechnen nicht damit, dass im Laufe ihres Lebens die Schicksalhaftigkeit ihrer eigenen Taten, ihrer eigenen Verantwortungen wieder auf sie eindringt. Sie haben schon lange verdrängt und vergessen, was einstmals war, was sie vielleicht einstmals getan haben, was einseitig war und eben zu einer Schräglage bei dem einen oder anderen geführt hat. Und dann bedeutet das, dass du dem wieder ausgesetzt bist. Und wir kennen das jetzt auch in der Psychotherapie als Konfliktmuster. Das hat mit Konfliktmustern zu tun. Du kannst dein Schicksal nicht abwarten. Es ist stets da und zu erfüllen.